Ein Scharfschütze! In Deckung! Flankieren! Wirf eine Granate! Da ist eine Panzerfaust! Hier! Was ist das? Du schiffst! Los! Vierter! Wer ist ihm über? Leerbuch, sag ich nur. Schmeiß ne Granate! Hey, die Panzerfaust ist ausgeschaltet! Verschafft ihr ihre Aufmerksamkeit! Bradley, gibt's was Neues von Cordova? Bisher nicht, aber aus eurer Gegend höre ich Schüsse! Wir kommen zu dir. Vielleicht begegnen wir ihm. Hoffentlich. Over. Wahrscheinlich ist er tot. Ach nee. Der ist clever. Dem passiert nix. Egal. Wir müssen rüber zu Bradley. Mach den Lockfugel! Arrgg. Arrgg. Arrgg! Und jetzt ist er. Schre, Schre, Einwohner! Arrgg. Ach. 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 sniper scharfschütze eliminiert scharfschütze 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 scharfschätzt scharfschütze scharfschätzt scharfschütze scharfschätzt Sie auf dich aufmerksam. Pfeil zur Faust! Werfen eine Splittergranate! Nimm eine Granate! Okay, Mann. Okay. Wirf eine Granate! Granate kommt! Sorg dafür, dass sie sich um dich kümmern. Zieh ihr Feuer auf dich! Das ist der Falle, wenn wir nicht so! Hör doch! Hör doch! Alle, die Bedarf von den Sammern! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Lass ab! Hör doch! Hör doch! Lass ab! Nö! Ja! Du bist ziemlich brenzlig! Hör doch mal Frank-Ordoba? Nein! Überhaupt nichts! Wir sind immer noch unterwegs! Halt durch! Okay! Kapiert! Zieh sie auf dich! Oh ja doch! Scheiße! Hab kaum noch Munition! Oh ja! Oh ja! Bradley! Bist du okay? Der Beschuss hält an! Moment! Oh Mann! Da ist Cordova! Ja! Ist der bei dir? Ja! Er ist hier! Cordova! Runter! Endlich mal was Positives! Sieh zu, dass ihm nichts passiert! Wir kommen! Bravo! Bewegung! Da sind sie! Und da ist das komplette Scheiß-Quartell! Wir müssen sie beschäftigen! Hm! Und tschüss! Und tschüss! Danke für die Hilfe! Wir durchkämmen die Gegend! Vielleicht sind noch welche übrig! Mach sie alle! Mach sie alle! Du hast Scharfschützen am Hals! Weg da! Kannst du laufen? Komm schon! Wir bringen dich hier raus! Was soll das? Bewegung! Die Panzerung ist ja unfassbar! Wir verziehen uns! Cordova! Los! Verdammte Scheiße! Los! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich versuche auf die Seite. Okay, los. Gib mir Deco. Kein Thema. Verschaff dir Ihre Aufmerksamkeit. Chewie, Baker, hier Aufmer. Wie sieht's aus? Ist nicht mehr weit, nur noch ein paar Türen. Sucht nach einem großen Raum. Wir kommen rein. Machen wir. Chewie und Baker. Ja, eventuell kommen wir hier sogar raus. Das war's. Da sind sie. Evakuierungsteam hier. Wir haben sie. Gut. Bringt sie da raus. Macht euch bereit, Jungs. Es geht los. Chewie, Baker, wir bräuchten hier ein wenig Hilfe. Verstanden. Wir kommen... Wir auch. Nein, auf euch war es jetzt eine Evakuierungsheli. Also nehmt ihn auf. Cool. Rios hat uns eine Limo besorgt. Ihr wollt helfen? Dann geht aufs Dach und schwingt euch in den Heli. Los jetzt. Komm, ich helf dir hoch. Das sieht doch mal gut aus. Soll sie euch da! Wirklich nett. Halt sie alle aus! Nimm eine Granate! Brauch Hilfe! Okay. Give me a deckung! Mach sie auf dich aufmerksam. Geh links rum! Okay. Wirf eine Splittergranate! Los jetzt! Braucht ihr eine Einladung? Da gab es ein bisschen Ärger. Wir sind gleich da. Da ist clever. Ja, Mann! Um weiterzukommen, müssen wir wohl rüber. Ich geb dir nen Boost. Ach, scheiße. Okay, ich geb dir nen Boost. Meine Fresse! Ich geb dir Deckung. Komm wieder hoch! Schmeiß ne Granate! Wirf ne Granate! Nimm ne Granate! Ich geb dir Deckung! Ich gebe dir Deckung. Ich muss nachmachen. Granate kommt! Splittergranate! Einer wehen müssen. Na schön, und jetzt? Ich muss da rüber. Hast du irgendwelche Ideen? Ich bin hier wohl für alles zuständig. Los jetzt! Ich bin mir sicher, dass ihr viele neue Freundschaften schließt, aber ihr müsst weiter. Ihr habt kleinere Probleme. Wir kommen. Weiter. Eli kommt! Bleibt lieber in Deckung! Schweiß die Granate! Schlagel-Snipe! So lobe ich mir das! Probierst du mal die... Ja! Ziemlich gut ausgestattet, der Heli! Absolut! Mach den Lockpunkt! Seid ihr bald mal fertig? Geht endlich aufs Dach! Scheiße! Versuchen wir's mit Kreuzfeuer! Blasches Krach! Das war nicht das Kartell, sondern eher eine Miliz. Der neue Arbeitgeber zahlt wohl besser. Schwingt eure Ärsche hierher! Die Landezone ist zu heiß! Evakuierung unmöglich! Zack! Stimus! Ziemlich! Wer ist sie... Äh,kol och jemals! Schwingt euch! Läger! Jemals! ...dun... 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 Vielen Dank.